Ich habe einen Rumpen des Halbes, der Scheibe in der Hand hatte. Und auf dieser Scheibe, da standen vier Kelche. Und diese vier Kelche, die waren fast so schön wie der Heilige Graal da selbst. Das ist der erste Onkel. Ich dachte auch, er ist der Onkel. Das ist die Tante. Vielen Dank. Und denk dran, mein Lieber, wenn du nach dem Trunkel zur Latrine wankest, folgendes. Pinkelt niemals ohne Kurs, sonst denkt der Arsch, er kommt zu kurz. Juhu! Da auf die Gätschung, die Alten. Die Haare sind schon in der Nähe. Also, was sie sieht, die gerade schon von Luchmichel-Event Schneiders Hochzeit. Ein Lieber, welches wir schon 35 Jahre nicht mehr, kann ich sagen. Äh, 15 Jahre nicht mehr gespielt haben. Aber, hier gibt es übrigens mehrere Anlässe, genau dieses Lied zu spielen. Aber dazu kommen wir später. Sind die Junggesellinnen noch da? Oh, lange. Dann hört, dann hört jetzt schon mal genau zu. Es geht nämlich nun um des Schneiders Hochzeit. Ah, so nett. Was macht der Schneider für eine Braut? Junge, rede, du. Eine ausgestoppte Ziegenhaut, das ist dem Schneider seine Wort. Komm, schenk dir rein. Was macht der Schneider für ein Stiegerleut? Junge, rede, du. Und gegen die, die das lieben Teufel hängt, den Stiegerleut. Komm, schenk dir rein. Was macht der Schneider für ein Stiegerleut? Junge, rede, du. Die das lieben Teufel, das ist dem Schneider und sei frei. Komm, schenk dir rein. Was macht der Schneider für ein Stiegerleut? Junge, rede, du. Was hat der Schreider für, wo sie standen, junge Räder, du Fluch? Und was für Trommer? Da brüllt der Ochs, da mut die Kuh. Der Esel streicht den Pass dazu und schenke ein. Der Esel streicht den Pass dazu und schenke ein. Der Esel streicht den Pass dazu und schenke ein. Der Esel streicht den Pass dazu und schenke ein. Der Esel streicht den Pass dazu und schenke ein. Applaus